so was haben wir denn hier was versteckt er hier alter jetzt geht schon los seht ihr das der hat schon vermint der hat schon vermint ja hier sind überall minen drauf gleich später ach ja das ist ein bisschen blöd so habe ich drei raketenwerfer und zehn panzer das passt doch so weit oder so es sei denn dass ich noch einen bauen kann vielleicht vielleicht reicht das ich befürchte nicht den wollte ich eigentlich noch mitnehmen ich verkaufe die unnöte drauf braucht kein mensch hier so alles klar geht ja mal gehst du mal da hoch dann haben wir zehn panzer und vier raketenwerfer das passt doch gut ganz gut so weit wie gesagt hier muss ich echt mein geld richtig ausgeben noch mal ein paar silo es haben die wieder eine sammler schlacht am laufen geht geht vier silo damit ich hier auch keine ressourcen verschwende die vier silo mache ich trotzdem das ist einfach wichtig dass man immer so eine finanzreserve hat ganz gut eigentlich so dann geht es mal weiter da jetzt mal los hier kommen aber jetzt mal los hier angriff los geht's nicht der raketenwerfer zuerst bist du verrückt alter schwede weg damit damit ich meine mich erinnern zu können dass sie umgleich was rauskommt ja genau wenn ich nämlich angreife kriegt der verstärkung das ist so als sie das ist so als sie moment mal moment mal ich muss mich hier auf eine sache vorbereiten pack deine fünf einheiten hier nun bauen flammenturm der kommt gleich mit einem bmt und eben war so das weiß ich noch also mit fünf wir mit einem bmt mit fünf invasoren der hat alles vertickt so weiß der bmt drauf da da ist der scheiß bmt oder sind jemand so an plattform plattform einfach drüber fahren kommen das sind diese invasoren weg damit sehr gut sehr gut richtig schön was willst du denn dann kann man den auch weg machen soll transporter ingenieur brauchen wir hier der auch die werfe verkauft alles klar sehr gut ja versucht könnt ihr versuchen ja dann seid ihr jetzt auch kaputt blöde schiffe alles klar so dann das hier noch ja sehr gut und dann die dinger noch weg fester hier so und dann oh alter und dann kurz beschädigen eine rakete darauf reichen schon ja das reicht perfekt sehr gut so rein da dann wollen wir jetzt nämlich transporter wir müssen uns jetzt beeilen weil schaut euch das an irgendwie nicht so viele spawner hat er auch noch gar nicht gekriegt hier anscheinend ok ok was so ich bezweifle dass das ausreich ganz ehrlich warum mal noch mehr panzer so der sammelt da fleißig ist klar ach stimmt moment ich muss irgendwann ein zweites mbf bekommen so ein mobiles baufahrzeug ich muss ja auf die andere insel irgendwie kommen und dafür brauche ich halt ein bauhof es geht gar nicht anders so der kann jetzt hier rein gehen ich glaube wenn ich den erobert habe da krieg ich den bauhof oder nee das ist so nicht wann kommt der bauhof wann kommt der zweite bauhof aber wisst ihr was da ich ja eh jetzt endlos zeit habe werde ich jetzt die spielgeschwindigkeit mal ein bisschen hochschrauben wenn es mal ein bisschen schneller geht hier ihr repariert euch mal bitte so hier kann ich nämlich nicht landen was ist das ich hätte hier eigentlich auch hier oben eine bergstatt hin bauen können ne ich idiot naja egal so die reparieren sich schon alles klar so gut dann aktualisiere ich gleich mein team eins die können wir hier hin wo ist der zweite bauhof das mobile baufahrzeug warum kommt das nicht warum kommt das nicht was macht ihr was okay auch nicht schlecht der raketenwerfer steht hier drauf was ist das hallo ist mal runter back verbagt ohne ende oh man so sehr gut die die machen das schon so ich wundere mich jetzt gerade aber wirklich wobei ein baufahrzeug ist oder muss ich das einnehmen ich glaube nicht nee da der hat nicht viel das wundert mich der hat wirklich nicht viel das ist sehr lustig auf jeden fall ich glaube wenn ich jetzt mit dem hier probier es es klappt es klappt sehr geil was kaputt geil okay ich habe ich habe ein kraftwerk im arsch gemacht sehr gut okay gut sind die fertig der eine raketenwerfer hier noch der sich da eben draufgepackt hat wir brauchen hier so viele einheiten das ist unfassbar dann geht es mir gleich mal los hier nein hier ist schon fast schon so spionage flugzeug das ja ich glaube jetzt geht es los jetzt geht es los mit den scheiß spawnern da okay geht hier hoch hier ist auch der bauhof alles klar jetzt geht es los freunde jetzt geht es los fertig machen fertig machen so hoch da jetzt fängt er an hier zu spawnen ohne ende jetzt fängt er an zu spammen so ist mir scheißegal wie die sich anordnen wir müssen uns jetzt beeilen moment nein 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 team eins ihr seid team eins sehr gut okay jetzt da rein äääh moment warte alter schwede was machst du macht ihr denn da eh mensch so dann kommen die vier hier rein du auch hier rein und du hier rein genau so dann kommen die hier rein und die anderen drei ich muss mich jetzt nämlich echt sputen komm da rein so dann kommen die nochmal hier ja ist egal der stirbt eh nicht so oh der fängt an hier zuzubauen shit ja genau danke einfach mal getroffen naja so okay dann mach mal du gehst mal hier hin bitte landen los landet so landen ihr macht das schon ne ja genau ihr macht das schon sehr gut so raus da der kann zurück das ist echt krass hier was der jetzt hier spammt so das ist so krass so rein da der kann hier noch auspacken was der hier spammt ey wenn man nicht schnell genug ist das ist so unfassbar so rein da rein da ich glaube jetzt kann man auch die spielgeschwindigkeit ein bisschen runter stellen und das nochmal speichern und dann nochmal gucken ja das geht sehr gut ey so mach den sammler im Arsch komm der hat zwei sammler die braucht er nicht so weg damit sehr schön oh ey diese mission halleluja nicht schlecht und wir brauchen ja gut wir haben 8000 so dann machen wir hier Panzer so und du nervst nicht scheiß Gummipanzer so weg damit sehr gut ey sehr äh ah das war ne mine er hat's vermint er hat's schon vermint ey shit alter alter ernsthaft so weiter geht's hier da ist noch ein sammler weg damit oh man so komm schon ja yes sehr schön und weg da weg damit blöde blöde Trigger hier echt so dann mach mal die Gummipanzer weg so Panzer bauen ja sehr schön boah oh Junge Leute Leute so mach den kaputt komm ähm den Bunker da im Arsch machen so wie viel halten die aus ey so so weg damit so Raketenwerfer ich will mir nochmal so ne zweite Welle auf weil die wird vielleicht nicht ausreichen ich bezweifle das echt gerade ob das ausreicht so ich muss einmal gerade mein Headset richten so weiter geht's ja so dann haben wir's gleich ja es ging doch echt leichter als gedacht muss ich sagen so danach mach ich den Bau auf platt dann ist es vorbei sehr schön geil schau mal wie viel Schaden die Raketenwerfer oh alles vertickt alles vertickt Alter ach du Scheiße oh Gott Alter alles verkaufen einfach so ja natürlich ey boah alles oh ho ho geiler Schuss geiler Schuss boah so Fahr das kaputt ach blöd egal das hat alles vertickt du brauchst das eigentlich nur noch Raketenwerfer ne so der kommt mit den Schiffen an ernsthaft komm mach mal hier hin ernsthaft Soldaten kommen ihr könnt da drauf schießen oder enttäuscht mich nicht enttäuscht mich nicht ja sehr geil zwar nicht alle aber zwei können schießen sehr gut jetzt haben wir noch ein paar U-Boote hier zum Glück habe ich die Kohle gespeichert ja ja das macht ihr mir nicht im Arsch vergiss es Leute vergiss es Junge hier macht man das Kanonboot jetzt da unten weg hallo warum kommen die U-Boote nicht so jetzt weg damit weg machen diese Unverschämtheit da so weg damit die fünf Soldaten ey die sind so hilfreich die sind so hilfreich die sind sau hilfreich ey alter Schwede so ich hab alles was ich brauch hier hoch meine ah die sind hier ok gut meine Transporter können auch schon mal nach da oben ja dann schieß halt ja sehr gut einfache Schützen gegen Zerstörer auch nicht schlecht so Spionage Flugzeug ich markiere ich kundschafte schon mal die Ecken aus weil äh vielleicht gibt es da noch Schiffe die ich äh zerstören kann so und der Raketenwerfer weg ja sehr schön dann der andere komm ja sehr gut komm den kriegt er oh zieht der viel ab gegen Panzer geil ok das war's sehr gut so die U-Route können wir hier hinkommen dann könnt ihr euch mal einladen der hat jetzt ja nur noch das ist ja echt nix der hat echt nix mehr jetzt so rein da einfach ja zwei Manneken super vielleicht hat der noch Schiffe irgendwo ja aber sonst sonst war's das ja geil ok dann haben wir's diese Mission ging erstaunlich gut muss ich sagen ich brauchte nur zwei Wellen schon nicht verkehrt ja schon nicht verkehrt so die können wir hier lang fahren vielleicht haben wir da unten noch was halbe Stunde passt die packe ich in einen Part einfach die Mission oder ist das nur die Mission? ne das ist ein bisschen länger muss ich gucken vielleicht in zwei Parts aber ihr könnt jetzt mal dahin gehen wir wollen auch keine Zeit deswegen verschwenden und ausladen so raus da und das war's für die so das war's für die die haben nur noch so einen Minenleger hier so das war's schon das war's schon oh man ey so was hat er jetzt hier noch? die Manneken hier? und das war's dann glaube ich so die U-Booter können wir hier runterfahren bitte so das sollte es gewesen sein so ja wir können aber auch hier die fünf Manneken mal hinschicken so dann sollte das gewesen sein melde mich in Ordnung so ihr könnt den mal abfangen bitte aha Paketenwerfer sehr schön das war's yes das war's geil geschafft ey naja Freunde also so krass waren die Yaks jetzt nicht haha muss man mal ganz ehrlich mal so sagen so egal so dreifache zerstört kein Gebäude verloren perfekt eigentlich ja trotzdem wenig Punkte weil ich sehr viel Geld ausgeben wahrscheinlich ist egal das ist egal ja Freunde wie gesagt also die Mission hat mal wieder sehr Spaß gemacht und äh ja dann würde ich sagen äh sehen wir uns beim nächsten Mal wenn's nach Slowenien Slowenien geht ja gut Freunde dann würde ich sagen bedanke ich mich für jeden der zugeschaut hat und derjenige dem's gefallen hat lässt doch gerne ein Like oder Abo da und äh ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal ne tschü tschü